Der Sarraza ist schon ein kleiner Halunke, war schon mehrmals das Monster und heute wollen wir dem natürlich das fürchten lernen. Ich? Also, ey, ey, jetzt reicht's aber langsam, ey. Was soll das? Also, ich, das Spiel hat noch nicht begonnen, aber ich sag, Sarraza ist es. Ich schieß jetzt so weit. Ja, dann glaub ich auch. Wollen wir ihn einfach abwallern, Alter? Lass einfach alle instant auf Walle schießen. Ja. Okay, nice, Mann. So, wir haben eine neue Map hier, Leute. Innocent! In Forest, Leute, wir sind im Forest. Ja, neue Garte, endlich im Wald. Werdet ihr bei Sarraza auf dem Chat leider nicht sehen? Find the exit and escape. Junge, Walle ist es wieder, Alter, ich sag's euch. Ja, hier steht find the exit and escape, denkst du das nicht? Ja, ja, laber dich, Alter, ich schieß jetzt den Kopf. Guck mal, ich kann's nicht trinken. Der Beweis. Erzähl ihm auch keiner. Hier, ich kann das aktivieren sogar. Siehst du? Ja, das ist egal, das kannst du auch so. Hä, echt? Hä, ich hab die ganze Zeit einen Mauszeiger, lol. Wir drehen die Dinger kurz. Ach so, durch diese Sachen, die wir hier aktivieren, ja? Treff das Ding überhaupt nicht. Hä? Durch die Sachen, die wir hier aktivieren und den ganzen Kram, ne? Komm mit, Walle. Der andere Spieler ist ganz schön, äh, erotisch unterwegs. Wie man nur. Komm mit, komm mit, komm mit, Walle. Ja, ich hab Revive, ne, wenn jemand was braucht, hat Bescheid, ne? Ja, nice, Walle, komm mit. Also wie gesagt, durch die Sachen, die wir hier aktivieren, verlängert sich der Blackout da oben, ne? Ich will das haben, Mann. Stell dich drauf. Also wir müssen so viele Sachen wie möglich aktivieren. No, I got the box, I got the box. Boa, denk übrigens, Level 2 Spiel, äh, Rank von 2, der ist halt so mega stark. Walle, stell dich mal, stell dich mal auf diese Plattform da, komm. No, Bronze Barrow. Welche Plattform, auf die Box, oder? Ach, die Plattform da vorne, okay. Der hat mir DSLR, Mann. Das ist, oh geil. Yeah. Ey, lass den mal schießen, Walle, der hat unsere Platte, unser Scanner geklaut. Dennis, gibt's den, äh, Blupex? Ich hab ein Beweisfoto. Ich glaub, der Dennis ist, der ist verdächtig still, der redet sonst immer mehr. Ja, ich, ich bin völlig chill, weil ich das ganze Zeit Maus hatte. Ja, klar, la, la, la. Guck, aber ein Challenge ist. Oh, shit. Vorsicht, Jerry, Vorsicht. Okay, 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 wir sollen mit dem, wir sollen mit dem bleiben, dann haben wir ihn. Ja, he's there with you. Man, you are the traitor. Down here. Und der Dennis ist es auf jeden Fall. Down here. I'm, 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 what, what? Because I am talking does not mean I'm the traitor, who is not here. Oh, shit. Oh, shit! Oh, shit! Behind you! Ey, ey, ich war das doch! Hör doch auf! Er ist tot, er ist tot. Ich war das nicht, Idioten. Nein, du warst es auch nicht, aber hinter dir lief der Mann. Das war der Dennis. Oh, der kommt raus. Wer war das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nicht, hinter irgendjemand ist hier auf jeden Fall ein Monster gelaufen. Das war der Dennis, Mann. Das war der Monster, Alter. Der Dennis ist auf jeden Fall tot. Ey, das war Dennis, Mann. Okay. Wenn ihr sagt, Dennis ist es gewesen safe, dann ist das okay. Dennis ist tot jetzt, oder was? Also ich hab auf jeden Fall das Monster erschossen. Tobi, Curry, komm mal her. Ja, ich lebe noch. Okay, ja. Curry, komm mal her. Was, was ist das? Wieder geht's um Verrat. Warte, 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 ich komm zur Plattform. Guck mal hier, genau. Geh mal zur Plattform, ey. Was ist das? Wenn du da drauf gehst, dann kann ich das, glaub ich, nehmen oder so. Nimm mal. Nice, Mann, Alter. Was ist das? Was hast du bekommen? Also ich bin mit Dank alleine gerade. Mit dem anderen. Schroflente-Curry, guck mal. Nice, Mann, nice. Ja, das ist wahrscheinlich die Traitor unter sich, ne? Warte? Ja, genau. Okay, das heißt, er ist es. Ne, warte mal. Warte mal, wenn... Äh, lol. Der hat Blut getrunken, Alter. Der hat Blut getrunken. Der hat Blut getrunken. Loll. Das ist dieser Person. Come on. Tobi, come on. Hä? Hä, warte mal, hä? Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Tobi ist es gewesen. Warte mal, vielleicht hat der auch einfach gelogen, Walle. Was hast du? Der hat mich erschossen gerade. Ja, ich weiß. Das habe ich gesehen. Oh Gott. Uh oh. Oh Gott. Denk ist es. Denk ist es. Hundertprozentig. Ich hatte sich gerade bei mir infiziert. Bronz ist es auch. Oh mein Gott. Curry. Oh mein Gott. Curry, hörst du dich? Curry ist tot. Oh mein Gott. Holy shit. Alter, 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 Alter. Ich verblute. Oh mein Gott. Der ist tot. Man denk ist es. Tobi. Denk ist es. Ich blute. Hilfe. Oh mein Gott. Halt der Scheiße. Oh mein Gott. Oh shit. You win some. You lose some. Hey, Baby. Das gibt's doch nicht. Danke für die Schwung, Curry. Junge, ich habe doch gesagt, Bronz ist es, Alter. Oh Mann. Einer sagt, Dennis ist es alle Glaubensweise. Ja, logisch. Na klar. Wir haben Dennis getötet haben. Boah. Gibt's nicht, ey. Ist der vorbei bei euch, oder was? Hey, wo bist du hin? Jo. Ich musste rausgehen, weil ich hatte einen Bug. Bei mir war die ganze Zeit der Mauszeiger im Bild. Voll behindert. Oh Mann, ey. We were great, ne? Der war's denn jetzt. Bronzo und Denk war's, Mann. Ich war's noch nicht einmal, das ist wahrscheinlich. Aber das Ding wollte ich auch diesen Scanner haben, Alter. Der Spasti, ey. Der könnte mich einladen. Kacke, ey. Was geil ist, Curry, gib mir doch die Schrobflinte. Also so danke, Curry. Halt die Schnauze, Alter. Okay, komm. Ich lade euch kurz mal ein, Freunde. Könnt ihr mich einladen? Wir machen das denn so, solange man tot ist. Zum Respawn darf man nicht reden, ne? Ja, klar. Aber wenn man verlohte, darfst du noch sprechen. Okay. Aber, Leute. Äh. Ja. Also der, der, der Bronzo war das. Ich hab's ja, der hat mich gefressen. Mann, ey. Bronzo hat's ja geschmeckt. Mann. War schon ein Megamatch. Also einer von, ey, entweder Bronzo oder Bronzo. Und ihr habt alle gesagt, Dennis ist es. Deswegen hab ich's geglaubt. Ja, der Walle, der hat gesagt, ich bin so, dann bin ich da hingerannt. Mann, Walle, ey. Du kannst doch nicht einfach irgendwas sagen, Alter. Ja, ey. Ich kann nur wohl wen beschuldigen. Ja, aber doch nicht einfach so. Doch, klar. Der Dennis hat sich so komisch verhalten, der war so still. Hey, nein. Hey, der wurde von Bronzo gekillt, Alter. Der wurde von Bronzo gekillt, Alter. Der war auch ein Monster, nur auf eine andere Art und Weise. Der wurde von Bronzo gekillt. Ja, das hab ich nicht gesehen. Da war ja das Monster auf einmal am Start. Ich dachte, er wär's gewesen. Entschuldigen, Walle. Ne, ja, es tut mir leid. Ne. Muss aber nicht weinen. Ne, 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 ne. Ja, okay. Ja, irgendwie kann ich das akzeptieren. Ich bin ja Chang, Mann. Chang ist das, Alter. Über fünf Ecken kann ich das nur akzeptieren. Okay, Mann. Geil. Chang wird aufräumen, Freunde. Keine Maus mehr im Maus. Jetzt ist alles richtig. Aha. Keine Maus mehr im Maus. Jetzt bin ich Level 3 und kann immer noch nichts auswählen. Nee, du musst erst immer die, äh, Erforderungen da erfüllen. Hallo. Ja. Challenge. Hallo. Wir sind im Forest, Leute, alle. Forest. Neue, Leute. Was sagst du denn dazu? Unschuldig. Unschuldig. Ey, Walle, Alter, du bist so 100 pro wieder. Walle so... Unschuldig. Unschuldig. Ich bin hier mit Dennis. Mann, ich will auch mal Monster sein, ey. Warum bist du jetzt schon wieder bei mir, Walle? Bist du denn Passwort oder was? Was? Und ich trinke hier das Blut. Warte. Mach doch. Ey, bloody hell. Oh, ne Kamera. Mach mal die Dinger, löst mal die Dinger aus, damit's nicht so lange, äh, die Hebel oder was? Die müssen wir aktivieren. Was? Der Tobi hat den gerade runtergedreht. Hä? Hab ich gar nicht. Hä? Was? Glaub ich schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Nein, hab ich überhaupt nicht. Behalte den Jungen in einem Auge. Behalte den Jungen in einem Auge. Du hast daran gedreht. Oh, damit hast du dich gerade... Das war auf jeden Fall jetzt interessant. Ich hab gar nichts gemacht. Haha, Tobi. Ja, klar. Weiß ich, war die ganze Zeit nicht... Ja, der hat's gerade in die ganz andere Richtung gedreht, mein Lieber. Ah, wie geil. Zum Glück hab ich genügend Schüsse. Ey, ich halt mich von Tobi fern, ey. Nächster Blackout. Ja, der ist gefährlich. Okay, ich hab'n Radar, Leute. Soll ich den... Tobi? Ja, scann mal den Tobi. Scann mal den Tobi. Ich will dich mal scannen, Alter. Dennis hat geschmeckt. Hey, was denn? Was hat er gemacht? Ja, 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 ja. Der Tier hat Blut gesoffen. Genau hier, Alter. Genau. Dann schieß doch, dann schieß doch, wenn du... Oh Gott, ey, den Tobi. Jetzt guck mal, wie das wieder abgelenkt wird. Tobi, bleib zurück. Der hat mich vorhin auch gemacht. Und ihr habt's ihm geglaubt. Hey, was macht ihr da? Du treffst überhaupt nichts, Mann. Lass mich in Ruhe. Wir werden den abballern, Alter. Lass mich in Ruhe, Leute. Lass mich in Ruhe, Leute. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Wer ist das hier? Wer ist das? Ich hab dich mal getrackt, ne? Wen hast du getrackt, ne? Wen hast du getrackt? Hau ab, Alter. Hau ab, Dennis. Ich schwöre, ich kann sofort schreien, ne? Ja, schrei wie am Spieß. Wenn du dich... Wenn du zum Monster wirst, ich schrei sofort, Alter. Tobi! Warum ist der Blutbeutel weg? Ich hab keinen Blutbeutel genommen. Okay. Was ist hier los, Alter? Warum willst du das wissen, Dennis? Ja, weil, wenn du doch Monster bist, dann nimmst du doch die Blutbeutel. Ja, weil du einen brauchst, oder was? Dennis, hau ab. Bleib da, bleib da, bleib da. Bronze. Lauf, 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 lauf. Wir müssen jetzt hoch. Boah, Alter, ist das crazy, Mann. Haltet euch von Dennis fern, mehr kann ich mir sagen. Ja, Dennis und Tobi sind's. Mit Sicherheit sogar. Auf jeden Fall. Okay. Warte, warte, warte. Ich will die haben, ich will die haben. Boah, Schrot sind total gut. Ja, voll, Alter. Ne, Alter. Hey, Tobi, schönes Hütchen, Alter. Ja, geil, ne? Bleib mal, Tobi. Das ist ein Patrick's Day-Hütchen, Alter. Pass auf, Dennis, komm weg nach, Alter. Ey. Nur der eine Typ ist mir ein bisschen zu ruhig, Leute, ne? Ja, ist echt so. Ich bin zu schande, dass der Bronz mir sowas bestellt hier. Ich hab dir nie was getan, Alter. Ja, hast du aber nicht. Hab ich ja gar nicht gesagt. Ich hab nen Trecker, la 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 la. Und zimmer hoch, Mann. Ja, dann ist die kleine, die Kugel weg, Alter. Tobi, Tobi hat getrunken. Tobi hat getrunken. Ich hab's gesehen. Tobi hat getrunken. Also das mit dem Hebel und dem Trinken, der Tobi ist es. Vor meinen Augen hat er getrunken. Echt? Bist ihr sicher? Komm her, Sarato. Ich schwör auf alles. Ey, warum trifft man diese Dinger nicht? Ich treff die gar nicht. Ich hab der Walle mal nen Trecker gegeben. Ja, dann wirst du sehen, dass er unschuldig ist. Aua! Leute, heben wir doch mal. Wer schießt denn da? Wer schießt denn auf wen? Der Tobi. Ja, okay. Voten, voten. Wir müssen jetzt voten. Wie denn? Wie macht man das? Hingehen, oder was? Vote for Elimination. Alter! Alter! Wer hat den wieder überlebt? Ich, sorry. Tut mir leid. Ich glaub wir müssen das auf Ruhe machen, Leute. Kann das? Jetzt lass den liegen, lass den liegen. Nichts machen. Einfach verbluten lassen. Einfach verbluten lassen. Da kannst du nur einen muten und so, ne? Ne, einfach verbluten. Okay. Oh mein Gott! Gehst alle drauf! Hinter dir Walle! Ah! Scheiße! Der ist Damage-Immune gerade irgendwie. Rennt! Das Geile ist, der Walle hat einen Tracker. Ich kann die drecklich aufpressen. Neeein! Komm her, was? Komm mit der Exo! Oh mein Gott! Hallo! Wer ist das denn hier? Ja! Heize, Mann! Oh fuck! Jetzt heißt es laufen. Ey, ich kann mich nicht bewegen! Okay, dann wissen wir jetzt, was es ist. Tobi ist auch... Ey, ich klebe ein Curry fest! Tobi ist hier! Tobi ist hier! Ey, mir Alter, bist du wahnsinnig! Tobi sagt nichts mehr! Der tut nur so! Hä? Ich sag doch die ganze Zeit schon was! Ja! Du bist auf jeden Fall, Mann! Ich bin tot! Ich hab vergessen rauszulaufen! Ja, sehr gut! Du warst es aber, ne? Hebel aktivieren, Mann! Walle, hilf mir jetzt! Okay, ich bin bei dir! Der Dennis muss hier noch irgendwo sein! Hebel aktivieren! Komm, wir müssen den Hebel aktivieren, Walle! Ja, ja, ja! Ach du Scheiße, Alter! Wir können das schaffen! Wer ist da hinten? Da ist der Dennis! Was? Da ist der Dennis! Warte, komm mal her! Da hinten rennt der! Wir sollen den jetzt töten, bevor der zum Vieh wird! Komm! Ja, komm, dann töt ihn! Da vorne ist der! Ne, wir haben keine Chance gerade! Wir haben zu wenig Zeit für den Blackout! Ich hab ihn! Ja, Mann! Ja! Ich hab nichts, Alter! Das ist irgendwo noch ein Monster! Wie wohnte ich denn jetzt, dass du stirbst, Mann? Gar nicht! Lass ihn einfach liegen, einfach liegen lassen! Ne, das ist aber scheiße, Alter! Was ist das denn? Verblutewalle, du musst entkommen! Ja, jetzt konnte der mich umbringen, das ist blöd! Ey, das ist aber kacke! Wir müssen rauszulaufen, wir wohnen, sonst ist das kacke, Alter! Oh, Toriana! Toriana, you win! Yeah! Das kann nicht sein, Leute, das ist kacke! Guck, wie abgefuckt der! Jetzt ist alle! L-O-S-E-R! Ja, eigentlich hätten wir gewonnen, das stimmt! Wir hätten Tobi ja schon dreimal abgeknallt können! Ja, wir hätten beide, wir müssen das jetzt mal nachschauen, Leute! Sonst können wir nicht weiterspielen! Das habe ich schon, Hacke! Finde ich auch! Ja, aber wir müssen das trotzdem rausfinden erst! Sonst spiele ich nicht weiter, Mann, das ist doof! Ernsthaft jetzt? Hey, natürlich, weil das zum Spiel gehört! Wie willst du denn sonst gewinnen, Alter? Ja, das stimmt, Alter, recht! Das ist ziemlich krass! Also, vorher waren wir halt immer so blöd! Ja, ist doch logisch! Ihr wollt das doch auch rausfinden! Wir waren ja immer so blöd! Gegenstand benutzen Zielpunkte an den Coup! Es steht nichts! Hey, mate! How do we vote? When somebody is killed! Okay, ja, jetzt wissen wir ja Bescheid, ne? Hallo? Vielleicht sollten wir das vielleicht einfach mal ausprobieren zum Test, weißt du? Ja, wen töten wir safe? Ja, äh, Bronzel! Ah! Ich hätte immer... Unschuldig! 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 Hier, mach die Kasten! Nee, darf ich Monster sein! Was bringen die Kasten eigentlich? Damit der Blackout länger dauert! Hey, Revalve! Das ist der Monster! Hä, was hast du denn für den Strom... Ich bin strumm! Hey, Sleepy! How do we vote when somebody is on the ground? Ah? Kann jetzt einen reviven, Mann, ne? Was? 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 Ja, der wird zu lang. Okay, cool, frag ich nochmal! Das ist sie! How do we vote when somebody is laying on the ground? Das ist sie! Ey, es redet doch mal nicht! Sie probiert das gerade! Ah, der ist gerade beantwortet, Leute! Sorry! Can you repeat it? Okay, I said, uh, if somebody is on the ground, don't vote them out immediately, because it could be in the infected line. Ja, ja! But how do we vote? Also, das wäre die Frage, oder? Ich glaube, sie hat gemeint, wenn er auf dem Boden liege, wenn ich einfach auf dem Boden liege... Schießen, oder? Er schießen, dann vote es raus, glaube ich. Naja, genau. Okay, also draufschießen, das ist der Vote, quasi. Ja, oder knifen. Ja, alles ist klar, okay. Jeder muss den dann knifen einmal, oder was? Ja, am besten! Aber wenn du willst, dass der Drille bleibt, glaube ich, musst du gar nichts machen. Ja, ja, genau. Ich sage euch, Bronze ist es, weil der Bronze hat mir gerade den Traitor-Tester... Aber das ist eigentlich ziemlich cool. ...nen Traitor-Tester aus der Hand gerissen. Weil der unbedingt wollte, dass ich das verliere. Boah, Alter! Also, Bronze ist... Oh, Alter! Monster, Monster! Hier ist einer Tanz von mir, Hilfe! Monster ist Bronze! Es sind doch Eich-Monster! Nein, das ist Eich-Monster gewesen! Ich bin doof! Ach komm, sag ruhig! Dann ist es aber... Tschüss, Gary! Monster ist Monster, Leute! Pass auf, hier ist Monster! Hilfe, Hilfe! Hilfe, ich kämpfe! Ich, Odin! Ich verblüte! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Gli schlägt! Fünf Sekunden! Ja, alles klar! Bin auch da! WALLE! Du musst den WALLE anschießen! Ey! Hier raus, hier raus, hier raus! WALLE ist Monster... WALLE ist Traitor! Kein Munition mehr! It's Zahra, Zahra! Watch out! Watch out! He's a Motherfucker! He's a Motherfucker! He's a Motherfucker! Monze! Wo ist das? Was ist los? Zahra, Zahra is the Monster! Wo ist der? Hier! Hier! Kann ich nicht töten, Mann! Ey, Alter! Was ist hier los? Ja! Was hält mir doch! LOL! Der Balle hat auch, Mann! Der Balle hat zweimal gevotet! Ach guck mal, sowas vote, Mann! Ja, vote doch nicht für mich, Bronze! Ich bin doch unschuldig, du! Mann ist tot! Mann ist tot, Mann! Ihr müsst mich doch wiederbeleben! Also, war das... Warte, ich will dich wiederbeleben! Warte mal! Dann belebe ihn wieder! Danke dann! Warte ich dich wiederbeleben? Okay, nice! Es hat funktioniert, es hat funktioniert! Nice, Mann! Also, Bronze ist, äh, nicht Traitor, Sarraza, aber der andere auch, Bronze! Sarraza ist aber draus jetzt, ne? Der Balle ist ja weg jetzt, Balle ist tot! Okay, okay! Wir haben das Spiel schon 10 und hat der dritten Folge verstanden! Boah, ich wo... Hä? Hä? Es lebt noch, aber ich wurde direkt gefressen! Oh! Oh Gott! Man kann sich gar nicht verstecken, weil überall, wo man hingeht, kommt nicht... Wie gemein! Warte ich alleine? Bronze? Kann ich einer reviven? Ich hab nur 1 HP! Wo bist du? Oh Gott, nein! Bin ich alleine? Curry? Ruby? Nö! Hä? Warte jetzt, warte, warte, warte! Ich warte ein bisschen Licht, Strom in 7 Sekunden! Hus ist ja immer hier! Wir haben Angst! Mutter! Okay, jetzt! Komm! Oh nein! Lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf! Ich werd immer langsamer! Komm, komm! Oh, das schau' ich nicht! Doch! Oh! Okay, Leute! Vater ist wieder da! Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Alter! Ey, das könnt ihr doch nicht machen! Lass mich alleine! Ey, was ist jetzt los? Ey, ich kann mich nicht mehr bewegen! Mein Spiel ist gefreezed! Das ist sein Ernst! Ey, mein Spiel ist gefreezed! Ey, mein Spiel ist gefreezed! Ey, mein Spiel ist gefreezed! Na super! Warum steht da jetzt, dass ich lose, Mann? Was ist das denn, Alter? Weil mir lacht die ganze Zeit so ein Monster, aber ich kann nichts mehr machen! Ich kann mich nicht mehr bewegen!